Atme in mir, du heiliger Geist, dass ich heiliges denke. Treibe mich, du heiliger Geist, dass ich heiliges tue. Locke mich, du heiliger Geist, dass ich heiliges liebe. Stärke mich, du heiliger Geist, dass ich heiliges hüte. Hüte mich, du heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmer verliere. Herr Jesus Christus, öffne mich für dein Wort und gib, dass diese Zeit der Betrachtung mir und anderen Frucht bringt. Maria, Mutter Gottes und unsere Mutter, bitte für uns. Amen. Herr, heute hältst du mir zweimal den Spiegel vor. Mir begegnen im Evangelium Maria und Martha. Sie stehen für zwei Herangehensweisen, für zwei Haltungen, für zwei Stärken, aber auch für zwei Schwächen. Beides finde ich in mir. Ich schaue auf Maria. Sie sitzt zu deinen Füßen und hört dir zu. Im ersten Augenblick erscheint das als die einfachere Variante im Gegensatz zu Martha, die sich gleichzeitig abschuftet. Aber dann denke ich mir, dass ich dir eigentlich viel zu selten Zeit und mein Ohr schenke und lieber selber ganz viel tue oder mich ablenke. Das Ruhen bei dir oder besser gesagt, das Zur-Ruhe-Kommen bei dir ist für mich eine große Herausforderung. Maria schenkt dir ihre Zeit und öffnet dir ihr Herz. Ein lebendiger Glaube braucht genau das. Zeit bei dir, ohne Ablenkung. Gern wäre ich mehr wie Maria, die Anbetende, die Hörende, die Staunende, die sich von der Hektik der Martha nicht anstecken lässt. In mir ist nämlich sehr viel Martha und ich muss es mir immer wieder sagen. Mach dir nicht zu viele Gedanken, Sorgen und Mühen. Das Entscheidende, das geschieht zu deinen Füßen her. Dort, wo am Kreuz auch deine Mutter stand. Das Entscheidende in meinem Leben, die richtungsweisenden Entscheidungen, die Augenblicke, in denen sich mein Charakter formte und mein Inneres sich zu bestimmten Haltungen durchrang, die Momente, in denen mir deine Gegenwart und deine Wahrheit bewusst wurden und einleuchteten, dies alles geschah in Stille. Um mich herum mag das Leben seinen Lauf genommen haben. Aber in mir war in all diesen Augenblicken Stille und Ruhe. Man kommt einfach, so denke ich, als Mensch nicht voran, wenn man immer nur unterwegs ist. Man kommt innerlich weiter und wächst, wenn man sich zu deinen Füßen setzt und hört und nachspürt und in seinem Inneren eine Entscheidung sich formen lässt. So wirkt Maria vielleicht zunächst nur wie die Schwächere. Aber in ihr geschieht gerade so viel mehr, als Martha mit all ihrer Mühe je bewegen könnte. In der stillen Einkehr eines betenden Menschen, da geschieht Neuschöpfung. Wenn ein Mensch sich hinsetzt und nachdenkt über sein Leben, über dich, über den Sinn und dann zur Einsicht und der Entscheidung kommt, an dich zu glauben und von Grund auf ein guter Mensch sein zu wollen, dann ist das vergleichbar mit der Geburt eines Sterns, mit der Entstehung einer Galaxie, mit der Erschaffung des ersten Menschen. Denn es ist eine Neuschöpfung, ein Wunder. Herr Maria war offen dafür und kein Mensch und keine Macht der Welt hatte das Recht, sie von dir, ihrem Erlöser, zu trennen. Wenn ich so auf Maria schaue, wie sie sich von dir prägen und verwandeln und stärken und ernähren lässt durch dein Wort, dann wünsche ich mir, dass ich das selber immer besser hinbekomme und dass wir alle uns zu dir setzen und dir zuhören und wachsen. Herr, darin liegt aus meiner Sicht wirklich auch ein Schlüssel für die Erneuerung des Glaubens und der Kirche. Denn jede Erneuerung muss im Inneren beginnen und sich dann nach außen fortsetzen. Herr, es ist aber auch noch Martha da und ich möchte ihr nicht Unrecht tun. Denn wer weiß, vielleicht hatte sie schon bei dir gesessen und dir zugehört. Vielleicht ist sie schon neu geboren in dir. Vielleicht hat sie Maria ja sogar schon etwas voraus. Wenn Maria mir zeigt, wie man zum Glauben kommt, zu einem vertieften Glauben, dann zeigt mir Martha, wie man den Glauben lebt. Ich habe vor kurzem ein schönes Beispiel gehört von Johannes Hartl. Er sagte, dass selbst die charismatischsten Christen nicht abends vor dem Badezimmerspiegel stehen und beten, Herr, reinige du meine Zähne, erfülle meinen Mund mit der reinigenden Kraft deines Geistes. Nein, sie greifen selber zur Zahnbürste. Obwohl sie daran glauben, dass du alles kannst, nehmen sie die Dinge selbst in die Hand. Vielleicht kann man auch sagen, gerade weil ich glaube, dass du alles kannst und nur das Beste für mich willst, nehme ich mein Leben in die Hand und gehe mutig voran. Es geht nicht darum, dass ich selber mal schnell die Welt retten muss, dass ich die Kirche oder mich selbst retten muss oder überhaupt kann. Es geht um die Liebe und die zeigt sich nun mal nicht bloß in Worten. Wenn ich in der Lage bin, etwas zu tun, etwas aus Liebe und in Liebe zu tun, dann sollte ich das auch tun. Wenn ich an Maria denke und wenn sie überhaupt eine Schwäche zeigt in dieser Situation, die ich auch in mir finde, dann vielleicht die, dass mir manchmal der Mut fehlt, den Glauben in die Tat umzusetzen. Gerade wenn man, wie ich, oft mit Worten arbeitet, predigt und Dinge aufschreibt, dann kann man manchmal so den Kontakt zur Tat verlieren. Und hier finde ich Martha sehr beeindruckend. Sie hat aus Liebe für dich und dein ganzes Gefolge gesorgt. Ich denke, du warst nicht allein unterwegs. Das war sicher mit viel Arbeit verbunden. Und du und deine Jünger, ihr wart sicherlich auch froh und dankbar, dass ihr abends etwas zu essen hattet. Die Gastfreundschaft der Martha zeigt mir, dass sie etwas von dem verstanden hat, worum es dir geht, Herr. Und zwar Gottes Gastfreundschaft, seine Vaterliebe und Güte zu zeigen und uns zu befähigen, ebenso einander zu lieben. Das einzige Problem bei der Sache war allerdings, dass Martha sich mit Maria verglichen hat, dass sie in ihrem Dienst gemeint hat, jeder müsse auf ihre Weise dienen. Das ist bis heute ein Problem unter deinen Kindern, Herr. Das wir dich zwar lieben und dir dienen, aber zugleich zur Seite schauen und uns mit den anderen vergleichen. Dabei hat doch jeder seine eigene, unverwechselbare, wertvolle Geschichte mit dir. Als du sagtest, Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen, da meintest du vielleicht gar nicht ihre Hausarbeit, sondern ihre Sorge um Maria. Du, der Erlöser, du weißt, was wir brauchen, da muss ich dir nicht sagen, was das Beste für meine Mitmenschen wäre. Herr, ich bitte dich, hilf mir, beiden Seiten in meinem Leben mehr Raum zu schenken. Hilf mir, wie Maria zu entschleunigen und zu deinen Füßen zu sitzen und deinem Wort zu erlauben, mein Inneres zu formen und mich zu erneuern. Hilf mir aber auch, Herr, deine Liebe in die Tat umzusetzen und anderen zu dienen. Hilf mir, meine ganz persönliche Geschichte mit dir zu leben und andere nicht zu verurteilen, sondern vielmehr andere zu inspirieren, auch ihren Weg mit dir zu gehen, den du für sie vorsiehst. Herr, erneuere mich, erneuere deine Kirche, fange bei mir damit an, hilf, dass ich mich immer neu in dein Wort verliebe. und hilf, dass das, was ich von dir empfange, zum Geschenk für andere wird. Amen.